Weihnachtsmann Sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Weihnachtsmann Wie kann man Foot Draft im Finale verlieren? Im Elfmeterschießen? Ich komme darauf nicht klar Komm mal her und komm mal klar Ehrlich Ich dachte, ich ziehe dich her Ich habe einen Torwart Spanien gezogen Es ist Moja, der Lappen Okay, letztes Pack Jetzt ziehe ich Ronaldo Passt auf Ich habe Yaya Touré Ich habe Yaya Touré Und in Formen ein Pack Was ist der Wert? Komm bitte 40.000 50.000 Und in Formen Ich glaube, der ist nichts wert Egal, ich bin wieder bei 100.000 Coins Alter, nice BAM Auf die Transferliste, Digga Ich behalte euch nicht, Junge Ihr werdet verkauft Niiiice Niiice Ich habe ihn mit dem Entschwung